Ein wunderschönen Newton Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gabriel Knight 2 The Beast Within. In der letzten Folge sind wir jetzt endlich in der Jagdhütte angekommen, haben uns ein bisschen durchgefragt, einen erschreckten nackten Mann in der Wanne befragt und haben uns ein bisschen in der Hütte umgeschaut. Und jetzt sind wir nach dem, ich glaube, erstmal letzten Gespräch aus der Hütte raus und schauen uns im Umfeld aus, äh, an, ach, um, meine Güte. Äh, ich hoffe euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, ihr wisst schon, sieht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, was haben wir denn hier? Eine Scheune. Okay, nichts zu sagen. Es ist mir lieber, die Pferde sind dort und ich bin hier. Alles klar. Dann ist das in Ordnung, wenn dir das so lieber ist. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja auch eine Lampe gefunden. Eine Schere. Kann ich vielleicht noch brauchen. Ja klar, schnipp, schnapp, Schere kann man immer brauchen. Die stecken wir in unseren unendlich großen Mantel. Ja, wir haben eine Lampe gefunden, aber da brauchen wir dann noch irgendwie ein Feuerzeug. Werkzeug. Werkzeug. Okay. Wo kriegen wir jetzt nochmal das Feuerzeug her? Ich hatte erst gedacht beim Kamin, aber da schien es mir nicht so, dass da irgendwas gelegen hätte. Schauen wir uns ein bisschen in... Ah, warte, warte, warte. Meine zu wissen. Was und wie und hast du nicht gesehen? Ah. Verdammt. Das ist braun. Ja, von Cell hatte ja einen matschigen Fußabdruck. Sieht aus, als wären da Spuren von orangefarbenem Schlamm in einem Abdruck. Ja, und das sieht aus wie eine Tatze. Sieht aus... Das bin ich. Ja, das wissen wir. Warte mal, aber die zeigt ja eigentlich in die Richtung. Oh, ich hab das... Ja. Ja, vielleicht sollte man auch nicht immer nur in eine Richtung gehen. So. Ah. Eins. Ah, Tatzenabdruck. Der Tatzenabdruck ist so perfekt. Oh mein Gott, das ist eine Folge von Scooby-Doo. von eigener Maske ab und Cell. Die Erde hier ist orangefarben. Muss von ein paar Mineralien kommen. Na, wenn du das sagst, du super Genie. Ah, sind wir jetzt bei Donrö... Ah, Schere. Ah. So werde ich nie vorankommen. Okay. Schere. So, Natur. Hühl dich bezwungen von mir und meiner Schere. Meiner Heckenschere. Ja, ohne die wären wir da natürlich niemals durchgekommen. Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Ja, ohne die Rhyd? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und dann ist das. Da ist ja in der Rüge. Was war denn jetzt verdammt? Das könntest du auch ein bisschen auslegen. Hast du was gesehen? Hast du was gehört? Hast du was gerochen? Es wird wohl sein Geheimnis bleiben. Was ist das für ein Gestank? Vielleicht hat da jemand Kacka gemacht. Die hört es auch, ne? Oh Gott! Das ist ein verdammt großes Loch. Da unten ist was. Die Laterne wird mir nicht helfen, wenn sie nicht angezündet ist. Na, war ja klar. Okay, dann gehen wir erst mal wieder. Also brauchen wir ein Feuer für das Licht. Der Anfang ist gemacht. Nur, wir können es noch nicht durchziehen. Ich glaube, der Stein vorne links könnte sogar echt sein. Ich finde, die ziehen die Zähne manchmal so ein bisschen zu sehr in die Länge. Der Prinz ist wieder zurück, aber dann Röschen habe ich nicht gefunden. Hm. Dann müssen wir wohl vorher erst wieder zurück. Okay, da waren wir. Da geht es wieder weiter. Dann gehen wir nochmal in die Dichhütte. Hm. So, warte mal. Ich glaube nicht, dass Herr von Aigner mich jetzt sehen möchte. So. Ein Plausch wäre schon okay. Ja, wir müssen ihn. Komm, nimmst du es jetzt? Ja, jetzt nimmt er es. Hilda und Parzival. Hübsche Namen. Mein Gott. Keine Sorge. Ich werde Sie nicht anzeigen. Bitte, Herr Knight. Das kostet mich meinen Job. Ja, ich sagte, ich tue es nicht. Wenn Sie mir genau sagen, was passiert ist. Ich habe Angst. Vor von Zell. Seine Schuld. Ich habe mich nur an seine Anweisungen gehalten. Wofür wollte von Zell die Wölfe haben? Ähm, er sagt, er wollte ein Paar haben, weil er die Verkörperung des Raubtiers in ihnen sieht. Er hat gesagt, er würde sie an einem sicheren Platz halten, zum Studieren. Wie haben Sie von Zell kennengelernt? Vor ungefähr drei Monaten ist er bei meiner Vorlesung aufgetaucht. Er wusste über Wölfe Bescheid sehr gut. Er sagte, er würde meine Arbeit bewundern. Ich war beeindruckt von seinem Wissen und seinem Titel. Dann hat er mir vom Club erzählt, wie exklusiv er wäre, über die Club-Philosophie. Es war, als ob ein Traum für mich wahr geworden wäre. Sehr verführerisch. Die Wölfe waren also ihr Eintrittspreis. Wie hat er die Wölfe aus dem Zoo geschafft? Äh, ich habe Baron von Zell und einen anderen Mann, den ich nicht kannte, durch ein besonderes Personaltor hineingelassen. Sie betäubten die Wölfe mit präpariertem Fleisch. Und als sie schliefen, wurden zwei von den Wölfen in einen Lastwagen gepackt und weggefahren. Ich machte mir ziemlich Sorgen, als die Polizei am nächsten Tag kam und untersuchte. Aber die haben nichts gefunden. Ich dachte wirklich, wir hatten es geschafft. Dann gab es die ersten Todesopfer. Ihre Wölfe sind nicht dran schuld. Die sind nach Taiwan verschäfft worden. Sie haben nie jemandem was getan. Das ist, das ist eine bessere Nachricht, als Sie sich vorstellen können. Aber die Wölfe, sind Sie in Sicherheit? Da habe ich keine Informationen. Was denken Sie? Das ist alles, was ich wissen muss. Bitte sagen Sie der Polizei nichts. Ich schwöre, ich habe Ihnen alles gesagt. Ja, ich weiß. Ich erzähle Ihr kleines, schmutziges Geheimnis nicht weiter. Immer vorsichtig bleiben. Schlafen Sie gut, Doc. Es heißt Doktor. Oh, und die Fütterleitung. Okay, 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 okay. Er ist beschäftigt. Nein, der Baron sagt uns auch nichts. Gut. Wo kriegen wir jetzt das Feuer her? Er will auch nichts. Am Kamin nicht. Muss doch irgendwo. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Ja, wünschte ich auch. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Hm. Das kann es doch bald nicht sein. Wo kriege ich das Feuer her? Hm. Das war doch eigentlich beim Kamin, glaube ich. Irgendwann macht doch Erinner auch Mannfeuer an. Er geht mal halt wieder hoch. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich habe gesehen, wie er sie ab... Ich glaube nicht, dass Herr von Aigner mich jetzt sehen möchte. Dann gehen wir nochmal hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Preiss hier drin ist. Und ich möchte sicher nicht wissen, was er gerade tut. Hm. Da waren wir in dem Zimmer, waren wir auch gewesen. Nebenan waren wir auch. Ist nur wieder das olle Fenster. Oder können wir irgendwie schlafen gehen oder so? Ja, leerer Schrank noch. Gern in der Leere. Ja, gern in der Leere. Ich könnte... Ich könnte nie in diesem Raum schlafen. Hm. Hm, hm, hm. Habe ich aus Versehen irgendwo ein Feuer eingesteckt? Und ich weiß es nur nicht. Das geht durch, das Amulett. Nee. Nein. Na, liegt doch weg. So, die Türen haben wir abgeklappert. Was ist doch hier irgendwo? Ja. Warte mal. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Super, jetzt geht das Gesuche wieder los. Das bin ich, Gabriel. Ja, das ist ja. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Ich glaube, ich habe im Wald etwas übersehen irgendwie. Da waren wir. Da gehen wir nicht hin. Dann gehen wir mal hier. Komm mal da hin. Runter. Da waren wir. Vielleicht habe ich irgendwas nicht angeguckt. Irgendeine Szene, die wir angucken müssen. Was ist das hier? Nein, nicht zurück. Ich wollte die Lichtung begutachten. Die Schlucht ist tief. Die Schlucht ist tief. Okay. Die Schlucht ist anscheinend tief. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles angeschaut, oder? Sakrament. Vielleicht habe ich im Schrank doch noch... Netter Kleiderschrank. Naja, das ist nur der nette Kleiderschrank. Mann. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Ja, das wünschte ich auch. Quatsch, nicht nochmal raus. Müssen wir vielleicht nochmal in von Zeltzimmer? Nehmen wir nochmal hier. Dann machen wir am besten nochmal den Indiana Jones. Na. Hallo. Er ist... Oh. Kurz nachher ab, kommt hier weiter. So. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Gehen wir nochmal rein. Vielleicht hat er hier irgendwie mehr zu sagen jetzt. Warte mal. Da ist nichts Außergewöhnliches... Ja, doch. Aber das haben wir ja schon gesehen. Na, hallo. Wer ist denn da barfuß im Schlamm rumgesprungen? In orangem Schlamm. Ja, den hatten wir ja gesehen. So ein orangem Schlamm. Die ist auch sauber. So sauber, verdächtig, sauber wie alles hier. Na ja, der macht immer dasselbe. Hier ist absolut nichts. Also durchsucht das Bett nochmal. Das hatten wir schon irgendwo was in... Ja, das ist nur wieder das olle Tagebuch. Also, Notizbuch. Das ist vielleicht irgendwie... Und blättern auch nicht. Könnte im Wald ganz nützlich sein. Ja, haben wir im Wald schon genutzt. Ich habe das Gefühl, dass es hier ziemlich dunkel werden kann. Lieber... Was? Ich habe das Gefühl, dass es hier ziemlich dunkel werden kann. Lieber vorbauen. Vorbauen. Okay, wer kennt es nicht? Das gute alte Vorbauen. Ich will gar nicht wissen, wofür preist dieses... Um die Alte ans Bett zu fesseln. So schaut es aus. So einer ist das. Schilder von Hilda und Parzival. Dann klettern wir wieder zurück. Die machen schon die Töne, als wäre Nacht. Aber irgendwie... Angezündet ist auch nichts. Aber ohne Licht komme ich da nie weiter. Ich gehe vielleicht aus dem Haus raus und wieder rein. Das ist jetzt vielleicht... Ne, auch nicht. Ah. Die Liste. Das ist die Aufnahme von... Von Zelle. Den hatten wir gelesen. Mit Ihnen sprechen... Was? Ein Drink wäre jetzt das Richtige. Ja, dann können wir. Aber ich habe das Gefühl, es ist besser, wachsam zu bleiben. Vielleicht... Hat uns der Doktor doch nochmal irgendwas zu sagen. Der Doktor hat nichts mehr, was er mir mitteilen könnte. Er ist beschäftigt. Jetzt hör auf mit dem, er ist beschäftigt. Kann ich auch nichts zeigen. Notizbuch. Mein Notizbuch. Mein Notizbuch. Ja, nutzen können wir es auch nicht. Ähm. Ich bin... Ich bin... Warte mal... Friedrich würde es... Friedrich würde... Friedrich würde... Ne, würde es alles nicht wollen. Ich glaube... Irgendwas übersehe ich. Aber was? Da ist ein Fenster, Sims. Kann ich... Vielleicht mich hier auch noch absagen? Das ist eine interessante Idee. Aber diese Seite des... Ja. Da draußen möchte ich mich nicht... Ähm... Zündet jetzt jemand irgendwie mal... Gib mir doch ein verdammtes Feuer. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Also ich bin gerade echt mit meinem Latein am Ende. Ich kann auch gerade keinen mehr irgendwas fragen. Ne, Freunde. Aber so lasse ich euch jetzt... Will ich euch jetzt auch nicht hängen lassen. Ähm... Ich sage mal... Äh... Wir sehen uns gleich wieder. Ich... Äh... Klicke mich mal ein bisschen durch. Und schau mal, ob ich da was rausfinde. Also bis gleich. So, Freunde. Da sind wir wieder. Also... Da hab ich wohl etwas übersehen. Wir sind nämlich jetzt wieder in von Zeds Zimmer. Und beim ersten Durchsuchen... Habe ich etwas übersehen. In seinem Notizbuch. Wenn ich mich nicht täusche, hat Großberg versucht, ein nettes Sümmchen aus der Aufregung zu schlagen, die das Verschwinden der Wölfe verursacht hat. Von Zell scheint dieser neue Partner zu sein, von dem Großberg Dorn erzählt hat. Kann mir nicht vorstellen, dass von Zell die Idee gefallen hat. Baron von Zell. In der Zeitung steht, dass die entlaufenden Wölfe schlimme Sachen machen. Es ermöglicht mich, daran zu denken, dass Sie und ich wissen, dass die Zowürfe überhaupt nicht schuld sein können. Und dass dies außer uns niemand weiß. Ich fühle mich moralisch verpflichtet, es der Polizei mitzuteilen. Aber ich bin Geschäftsmann und könnte dazu überredet werden, gegen meinen Instinkt zu handeln. Alle Zeichen, ähm, als Zeichen ihres guten Willens, würde beispielsweise 500.000 DM mein Gewissen beruhigen. Ich werde auf Ihre Antwort zwei Tage warten. Großberg, ja. Und das habe ich nämlich beim ersten Mal durchschauen übersehen. So, äh, Quatsch, ich gehe zurück. Und dann kommen wir nämlich jetzt wieder zurück. So. Wir machen wieder den Indiana Jones, aber das kennen wir ja schon. So, marschieren wir raus. Und dann hoffe ich, jetzt haben wir Feuer. Und hier oben sind Streichhölzer. Jetzt haben wir nämlich Streichhölzer und können das hier... Ich brauche kein Licht hier. Ja, hier nicht, aber wir brauchen es. In der Höhle. In der höhligen Höhle. So, wo waren die jetzt? Nein, das ist nicht die Höhle. Hier. Hier war die Höhle. Ja, das kennen wir schon. Dann kriegen wir hier wieder durch. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Es sind manchmal echt bei solchen Spielen diese Kleinigkeiten. Und jetzt? Nein, wir wollen dir jetzt! Das ist nicht die Höhle. Ah! Ja, das war wieder mal Dramatik pur. So, dann rennen wir aber schnell wieder zurück ins Hütchen. Und gleich den Baron petzen. Gabriel! Da! Wo geht ihr hin? Da drin! Da drin! Da drin! Da muss was getan werden. Haben Sie... Haben Sie von Cell gesehen? Von Cell? Nein! Ich hab niemanden gesehen. Nur die Leichen. Er ist grad noch drin gewesen. Fressen! Fressen! Von Cell ist ein Werwolf. Was sonst? Sieht so aus als hätte er schon eine ganze Weile so getötet. Dieser Hütte hat er als Schutz benutzt, genauso wie die Hütte in Alfdorf. Er beobachtet die Opfer, findet ihre Angewohnheiten raus. Er greift sie an Eimdarmplätzen an, zehrt sie zur Höhle zurück. Zum Fressen! Die Opfer werden vermisst gemeldet, da man nie eine Leiche findet. Von Cell ist vorsichtig. Er passt auf, dass ihn keiner als Wolf sieht. Eine Frau hat ihn gesehen. Und niemand hat's geglaubt. Aber dann passierte was, ich weiß nicht warum. Von Cell kochte den Plan aus, die Wölfe aus dem Zoo zu stehlen. Wölfe, auf die man die Morde schieben konnte. Er brauchte eine Hilfsperson. Also nahm er Klingmann, da dieser dem Club beitreten wollte. Er versprach, ein gutes Wort einzulegen, wenn es funktionieren würde. Aber dann musste er die Wölfe loswerden. Eine Garantie, dass die Polizei sie nicht finden würde. Er wusste, dass der Club exotische Türe über den Schwarzmarkt beschafft ist seit Jahren. Von Aigner hatte hohe Schulden bei von Cell. Von Cell bohde Alphas nachzulassen. Als Gegenleistung für den Namen des Kontaktmannes bei den Tiergeschäften. Der Name des Mannes war Großberg. Großberg war gerne bereit, die Wölfe aus dem Weg zu schaffen. Für eine Gebühr. Aber Großberg war habgierig. Als er in der Zeitung von den Morden las, erpresst er dann von Cell. Da hat von Cell ihn ermordet. Ich wusste, dass von Cell ein echtes Problem hat. Aber das ist kaum zu glauben. Ja. Aber wahr. Wir müssen die Polizei holen. Ich kenne den Mann, der mit dem Fall betraut ist. Nein. Die Polizei würde uns nicht glauben. Der durchschnittliche Polizeiverstand kann mit so etwas nicht umgehen. Außerdem. Ich bin verantwortlich für von Cell. Ich kannte die Macht der Philosophie, aber mir war nicht bewusst, dass sie jemanden so weit bringen könnte. Schreckliches Ende. Ich habe das mit erschaffen. Ich muss es aufhalten. Mit ihrer Hilfe. Was schlagen Sie vor? Dass wir beide, Sie und ich, ihn jagen. Heute Nacht. Oh Gott. Ich weiß nicht. Deshalb sind Sie doch in den Club gekommen, oder nicht? Um Tony Hubers Mörderer zu jagen und zur Strecke zu bringen. Das wissen Sie? Sie sind nicht der Einzige, der Fragen stellen kann. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Jetzt müssen wir handeln. Kommen Sie um Mitternacht zum Stall. Bis dahin. Seien Sie unauffällig. Die anderen könnten uns in die Quere kommen. In Ordnung. Also heute Nacht. Die wilde Bestie, hungrig nach der Jagd. Ihr Opfer bald nur noch Geschichte. Nicht, Sie machen mich nervös. Tu ich das? Ich neige dazu, diese Empfindung in anderen auszulösen. Passen die Sachen? Ich sehe aus wie Lord Byron, verdammt. Unsinn. Sie sehen viel besser aus als er. Sie können das Zeug heute Nacht gut brauchen. Wir reiten nicht so oft in den Staaten. Wir lassen die Pferde hier. Das Reiten ist nachts zu gefährlich. Ich vermute, Sie haben einen Plan. Wir müssen ihn in die Enge treiben. Der beste Ort ist die Schlucht. Ich glaube, ich spiele lieber defensiv. Sie haben sicher Ihre eigenen Methoden. Aber wenn ich Sie wäre, blieb ich nah bei. Das Reiten. Die Pferde. Die sind die Fenster. Bleiben Sie dicht bei mir. Friedrich, ich höre was. Friedrich, verdammt, Friedrich, höh. Friedrich! Ja Freunde, aber an dieser Stelle machen wir Schluss für heute und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.